Herzlich willkommen! Abschnitt 2 von Kapitel 7 Anwendungen der Ableitung. Heute geht es um sogenannte Bewegungsaufgaben. Das ist eine nicht so erfreuliche Nachricht für diejenigen unter euch, die Physik abwählen möchten, denn das wird leider auch in Mathe in der Kursstufe ab und zu eine Rolle spielen. Das heißt, hier solltet ihr euch reindenken. Wir betrachten das Ortszeitdiagramm oder Wegzeitdiagramm eines Fahrzeugs, zum Beispiel eines Autos. Das, was sonst immer die x-Achse ist, ist jetzt die Zeitachse. Hier ist die Zeit, zum Beispiel in Sekunden. Das, was sonst die y-Achse ist, ist hier die s von t-Achse, also Ort des Fahrzeugs zur Zeit t. Wir legen irgendwo willkürlich einen Nullpunkt fest, wo s gleich 0 ist und hier ein paar Meter entfernt soll ein Auto an einer roten Ampel stehen. Zum Zeitpunkt t gleich 0 schaltet die Ampel auf grün. Das Auto beginnt beschleunigt anzufahren. Ja, offensichtlich keine gleichförmige Bewegung, sonst wäre das st-Diagramm ja eine Gerade, was es offensichtlich nicht ist, sondern in gleichen Zeitabschnitten werden immer größere Streckenabschnitte zurückgelegt, also eine beschleunigte Bewegung. Was uns interessiert ist, welche Geschwindigkeit besitzt denn das Auto zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt t0? Das ist die sogenannte Momentangeschwindigkeit. Die ist praktisch gar nicht direkt messbar, sondern man muss immer in einem kleinen Zeitintervall eine Wegdifferenz feststellen und kann dann nur näherungsweise hier die Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen. Also wenn hier Sensor 1 von dem Blitzer steht, kurz nach der Ampel, und ein paar Meter weiter oder Zentimeter weiter, je nachdem wie genau man das haben will, Sensor 2 von dem Blitzer, dann löst der hier aus und der hier oben stoppt dann die Zeit, die das Auto braucht, hier Delta t, um eine Strecke Delta s zurückzulegen. Wenn man dann hier Delta s durch Delta t rechnet, dann bekommt man mathematisch gesehen die Steigung dieser Sekanten. Physikalisch ist das die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesem Zeitintervall Delta t. Jetzt sieht man hier schon, wenn das Zeitintervall zu groß ist, dann hat diese Steigung relativ wenig mit der Tangentensteigung, welches die momentanen Geschwindigkeit ist, zu tun. Ich muss mich also bemühen, das Delta t möglichst klein zu machen, sodass dieser Punkt hier immer näher an den ranwandert. Dann wird die Sekantensteigung, also die Durchschnittsgeschwindigkeit, eine gute Näherung für die Tangentensteigung, also die momentanen Geschwindigkeit sein. Also hier stehen die Definitionen. Zunächst mal die Durchschnittsgeschwindigkeit, v mit so einem Querstrichlein drüber. Ich nehme Delta s durch Delta t, zurückgelegtes Wegintervall pro Zeitintervall Delta t. Das ist mathematisch die Sekantensteigung im st-Diagramm, also im Schaubild, und physikalisch eben die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und dann, wie schon erklärt, wenn Delta t zu groß ist, hat diese Steigung hier mit dieser Steigung, die ich eigentlich möchte, relativ wenig zu tun. Ein Autofahrer, der sieht, oh hier ist ein Blitzer, kann ja auch abrupt abbremsen. Und dann wird hier dieser Durchschnittswert nicht den momentanen Wert in irgendeiner Form widerspiegeln. Wenn ich dann das Delta t immer kleiner mache, zumindest mathematisch, theoretisch ist das möglich, den Grenzübergang Delta t gegen 0 vollziehe, also hier Limes Delta t gegen 0, dann wird aus diesem Differenzenquotient, so haben wir den früher genannt, ihr erinnert euch mit Freude, der sogenannte Differentialquotient, oder eben die Ableitung. Das ist das entscheidende Ergebnis. Also hier momentanen Geschwindigkeit bekomme ich, zumindest theoretisch, hier im Grenzübergang. Das hat die geometrische Interpretation, eine Tangentensteigung im Diagramm zu sein. Und für uns das Allerwichtigste, das ist die Ableitung. Also wenn ich die Ortszeitfunktion ableite, nach der Zeit, und dann eine spezielle Zeit, t0, die mich interessiert, einsetze, bekomme ich die Geschwindigkeit, und zwar die momentanen Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt. Hier nochmal als Merkkasten. Wenn ich eine Ortszeitfunktion gegeben habe, dann leite ich die ab nach der Zeit, um die momentanen Geschwindigkeit zu bekommen. Und die Interpretation im Schaubild ist, das ist die Tangentensteigung. Hier sieht man das folgendermaßen. Momentanen Geschwindigkeit ist die Tangentensteigung. Das heißt, ich würde mir hier mit dem Geodreieck, so gut ich kann, freihand eine Tangente legen. Dann würde ich hier im Steigungstreik ablesen, Delta s sind so und so viele Meter, Delta t so und so viele Sekunden, und würde hier die momentanen Geschwindigkeit bekommen als, was weiß ich, fünf Meter pro Sekunde. Wenn ich ein bisschen später mir das anschaue, sehe ich, stelle ich hier eine kleine Tangente vor, die ist steiler als die. Das heißt, die momentanen Geschwindigkeit hier ist größer. Genauso hier an der Stelle, momentanen Geschwindigkeit, also Tangentensteigung noch größer. So sieht man am Schaubild, die momentanen Geschwindigkeit wächst. Sie ist streng monoton wachsend. Nicht verwechselt damit, dass auch der Ort wächst. Das Auto fährt ja von der Ampel weg. Aber es fährt auch immer schneller von der Ampel weg, weil eben an jedem Punkt die momentanen Geschwindigkeiten größer werden. So müsst ihr euch das vorstellen. Also beim Betrachten einer Ortszeitkurve müsst ihr immer in Gedanken kleine Tangenten sehen, an denen könnt ihr die momentanen Geschwindigkeit ablesen. Noch was für die Physikerinnen und Physiker unter euch. Man schreibt in Physik oft anstelle dieses klobigen Differentialquotienten einfach ds nach dt. Also eine andere Schreibweise für die Ableitung, in Physik meistens gebräuchlich, ds nach dt. Es ist jetzt nicht so, dass man die ds hier wegkürzen könnte, sondern genauso wenig wie man hier die Deltas wegkürzen kann. Die sollen einfach andeuten, aus diesen Differenzen, Ortsdifferenz und Zeitdifferenz, wird etwas Neues im Grenzübergang. Physiker und auch Mathematiker sprechen dann von sogenannten Differentialen, ds und dt. Auf die Bedeutung gehe ich hier nicht weiter ein. Einfach nur merken, das ist eine neue Schreibweise für die Ableitung. An der kann man relativ geschickt die Einheit ablesen. Hier oben steht ds durch dt. ds hat die Einheit Meter, ein Ortsunterschied. dt hat die Einheit Sekunden, also bekommen wir Meter pro Sekunde oder wenn ich mal 3,6 nehme, Kilometer pro Stunde. Der nächste Begriff, nicht mehr ganz so wichtig in Mathe, wie die Geschwindigkeit, ist die Beschleunigung, klein a von Acceleratio oder Acceleration, Beschleunigung im Englischen. Das ist nichts anderes als die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit. Hier gibt es auch wieder zwei Begriffe. Es gibt einen Durchschnittswert, da nehme ich auf einem Zeitintervall Delta t die Geschwindigkeitsunterschiede, hier also Delta v, v zur einen Zeit, minus v zur anderen Zeit, teile die durcheinander, bekomme die Durchschnittsbeschleunigung und genauso wie bei der Geschwindigkeit, wenn ich den Momentanwert haben will, muss ich von diesem Quotienten hier den Grenzwert für Delta t gegen 0 betrachten und bekomme dann die Ableitung. In Physikernotationen dv nach dt oder einfach v' von t. Wenn ich die Geschwindigkeit ableite nach der Zeit, bekomme ich die Momentanbeschleunigung. Wenn ich jetzt noch einsetze, dass die Geschwindigkeit ja nichts anderes als die Ableitung des Ortes nach der Zeit war, dann bekomme ich hier Beschleunigung ist Ableitung der Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist aber S' und wenn ich das nochmal ableite, bekomme ich die zweite Ableitung des Ortes. Die, die Physik weitermachen, werden das nächstes Jahr häufig verwenden im Newton'schen Grundgesetz, zum Beispiel bei harmonischen Schwingungen. Beschleunigung A ist S2' oder S2' wie wir dann schreiben. Die Einheit der Beschleunigung, es ist dv nach dt. Hier oben habe ich also die Einheit Meter pro Sekunde, hier unten Sekunden. Wenn ich mir das ausrechne, kommt Meter pro Sekunde Quadrat raus. Erinnert euch vielleicht, Erdbeschleunigung, der Ortsfaktor ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das wären die theoretischen Grundlagen für Bewegungsaufgaben.